Das Stück ist eine ländliche Komödie, die auf lustige Weise den biologischen und den nicht-biologischen Gartenanbau gegenüberstellt. Das Stück heißt, wie Sie wahrscheinlich Deutschen wissen werden, biologisch-dynamisch-damisch und wird in drei Akten aufgeführt, wobei zwischen den Akten eine Pause von ca. 10 Minuten sein wird. Bei der Gelegenheit können Sie sich dann draußen wieder bei verschiedenen Getränken erfrischen oder erwärmen. Ganz besonders begrüßen möchte ich heute den ORF mit Chefredaktor Ludwig Schmidt. Aber nun will ich Sie nicht mehr länger warten lassen und wünsche Ihnen einen unterhaltsamen und lustigen Theaterabend. Josef, du solltest nur aufs Feld. Josef, du solltest nur die Schaf scheren. Josef, aufs Feld. Jetzt war es lange genug, drüben, dann kommst du ein Ent. Ja. Und da steht ich. Jetzt reicht's. Ich komme in fünf Minuten. Zu mir? Ja. Jetzt reicht's. Gelände. Was ist denn los? Ja. Da, nimmst du dir das Sack und sagst mir so ein Ent. Das kann ich nicht. Da, schneid endlich. Ich kann nicht. Was hast du mir versprochen? Ich weiß. Aber da ist dann, als ich dir versprochen hab, dass ich alles mach, was du willst. Ja mei, da hab ich mich schon was anderes vorgestellt. Ach so. Was? Die ganze Nacht hab ich mein Fenster aufgeglasen und die Leute hab ich auch noch aus der Schein geholt. Und was glaubst, wer gekommen ist? Ein Schwarm gar aus der Schein geholt. Und ich selber so ein Auffangen tat. Da hätt ich nicht viel Arbeit. Aber ich weiß ja gar nicht, was mich da machen. Ich hätt das schon zockt. Ja. Los, das ist mein Geleihendeck. Kann ich jetzt gar nicht brauchen. Wer sich beim Weib einwickeln lässt, der ist verloren. Ja. Dann wird seinigst du nicht auf solche Schleien gesammt kommen. Wieso willst du das eigentlich machen? Die Schnauzen hab ich voll. Bei jedem Verdähter soll ich einen halben Tag arbeiten. So hat's dir alle die Frauen geschrieben in seinem Testament. Ja, ich würd's eh gern. Aber was bei den einen richtig ist, das ist bei den anderen komplett falsch. Schau, bei den einen, da, da soll ich's mit der Hand fangen. Und bei den, wenn ich nur davon rede, da wird er schon ganz neuerisch. Bei den einen, da darf ich die Mais vergiften. Aber bei den, da, da soll ich's mit der Hand fangen. Ach, geht. So schlimm ist das ja alles gar nicht. Ja, du meine Ahnung. Ja, und Geister. Das hat mir erst den Rest gegeben. Weißt du, bei den da, da gibt's ich nur Bio-Sachterle, so ein Klumpetal. Und Meineiselsaft, und dann Krautensaft, und nichts am Trinken. Und gestern, gestern, bringt ich mir zwei Flaschen Bier. Ja, hab ich mich gefreut. Na, Olsa, was buntst du denn das auf? Da musst du den Rechner entnommen gehabt haben. Einen Schmarrner noch. Garten hab ich's reingeladen dürfen. Der Schnecken Bauern. Du, wir werden heute kennen. Ja, ja. Da Rohe säßt dir sinnlos worden, taus' meist kein Rausch entfolgen. Ja, und deswegen nimmst du das Sorg, sagst mir's aneimt, dann hat er jeder sein Hälften, und kann damit tun, was er will. Ach, geh. Du willst dich nicht so einigstens voll bedanken, wenn du das nicht erwähnt hast. Spinnst du? Das tut dir nur für mir leh. Ja, wenn ich's schein, wenn's heimlos, der Rest sagt ja, weh. Ja, halt, was sollt ich das? Ja, spinnst denn du? Bist du noch bedroht? Also immer drin ist das, kann ich ja nix dafür, wenn ihr zur besten Feuer auf den armen Kerl, auf den armen Kerl, so einhaut, dass er sich aus und aus zu sagen will. Ich kann nicht mehr mit ihr da an uns. Aber Jo, so gut ist denn mit dir haltet das so nix. Nix. Wenn ich von oben fünf Minuten lange fängt, dann ist von anderen schon der Teufel raus, auch. Und überall soll ich was anders machen. Da seht, was ihr verbrecht mit eurem Quatsch. Mir? Ich tät eher so nix. Und übrigens, gestern war ich alle fünf Stunden bei euch und nur drei bei uns. Bei uns hat's aber auch geissen. Für geissen? Dass ich nicht lache. Das ist glaub ich schon geissig, wie das heißt, dass euch das essen, ihr am liebsten abweint. Immer noch besser wie gleich. Dann könnt ihr euch ja nicht einmal ein Fleisch leisten. Sag, wie heißt denn das Schnitzel? Das Schnitzel? Das Schnitzel heute kommt. Äh, ganz durchfällig. Wie die Nugend zur Seidenschau kommen. Ich glaube, es wird ein Bleib dann tot. Jeden Tag kaum einen so ein bisschen Fleisch essen. Das ist ungesund. Aber der Braten gestern, der war schon groß, gell? Ja, aber nur, dass er ein ist bei uns da, wie es schon sagt. Gell? Ja, weil das Stroh im Schaufkass, das taucht. Du! Das Essen, das ist nirgends berühmt. Ja, ich hab's nicht so. Ihr seid geissig. Da hat's halt doch noch bei euren Pader. Da und hier und da ein Schnappchen Schnaps oder eine Biercreme. Und nicht nur, Reines ist das so, oder ein Maus, der ein, was schon anschneiden muss. Sie hab's bloß wegen eurem Geiss. Und ihr mit euren Bierbimmeln. Du weißt kein Geld für ein Kunstdinger habst. Du Giftmischerin, du. Du, du Schrumpfappel! Du, du Lulltante! Du! Franz! Franz! Du, was ist so los? Füllen wir den Windschirm über? Was ist denn los? Die wollen ja jetzt schon wieder nicht rumlassen. Ah, geht's wieder mal auf den Jörsen? Ich hab mich nicht gewusst, dass ich so wichtig bin da. Ich glaub, das machen wir mal uns, Bruder. Die Weiberleid. Ich bin immer gegessen radiat. Geh! Du hast recht. Ein Gespräch zwischen zwei Männern. Wird das nicht mehr. Trink wir mal ein. Und dann unterholen wir uns in Ruhe. Hast du ein Zwölberbranz? Nein. Dann kann ich ja trinken. Ja, warum? Du sprichst mir zu viel. Jetzt fangst du schon wieder an da. Komm, trink noch ein. Wir haben gesagt, ein Gespräch zwischen zwei Männern. Alles klar. Aber das mit dem Josef, das kann nicht so weiter gehen. Tja, ja. Da hat ein Zerbader ein Schirmweser. Ja, wie machst du denn das? Tja, einen kann alles Gute vermachen. Auf uns die Bresen. Du, nicht, was ich auch nicht auf mir setzen. Ja, trink doch. Das neue Haus, die guten Felder, alles das. Wie war das so? Wie war das so? Ha, Fynn. Trink noch mal. Wir sind doch nicht so verstritten wie unsere Weiber. Prost. 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 Ja, ich sag jetzt. Der gehört immerhin noch zur Hälfte mir. Da haben wir noch was gesagt. Ja, ich sag ihnen meine Hälfte noch. Du weißt genau, dass er dann eingeht. Ja, so kannst du ihn wirklich nicht lassen. Da spritzen endlich einmal. Nichts wird da gespritzt. Ich schau noch Blut aus, Jäger. Ha, schiessen unsere Jager auf den Eis auch schon mal. Aber die Reifen tun sich ja da nicht. Warte, nein, die sind so groß. Wir können das Recht sein. Aber gegen deine Wüllenweiß, gegen dich musst du auch was tun. Das sind aber immerhin meine Wüllenweiß. Aber wenn sie da umkraxeln, dann sind sie auch meine. Und dann werden sie vergift. Guten Tag. Was sagen sie da? Ich hab das nicht verstanden. Ich hab... Ich hab gemeint... Ja, was Sie hier möchten wollen. Ist was los in der Prädie? Was? Ich hab's in der Nähe Hochzeit schon gescheitert. Und da ist es so eine Freundin. Die Zeit komplette. Womit kann ich... ...dienen? Wir suchen ein Quartier für ein paar Tage. Wissen Sie, wir kommen aus dem Ruhrgebiet. Und da möchten wir uns hier in der unverdorenen Natur etwas aufholen. Ja, soll ich auch Urlaub auf dem Bauernhof. Mit Familienanschluss, ne? Ja, da sind Sie bei mir ganz... Falsch! Wenn Sie unverdorenen in der Natur wollen, dann müssen Sie sonst keiner. Bei deinem Teufel, da ist ja alles vergift für Kunstdenken und schritt's weg. Wobei ich, da krall die Mais mit verwehrt die Augen aus dem Kühlschrankwasser. Weiß... ...Kneiß... ...und was weiß ich noch alles... ...du war ein freiwilliger Hölf... ...du Schubduck... ...du Gtiefmischer... Wart, diese raue Herzlichkeit... ...Städte fällt mir... ...hier bleiben wir mal, nicht? Nicht schon, ja, aber in... ...welchem Haus? Ja, weißt du was? Am besten wir schauen uns mal beide an, ja? Ah jo, so fangen Sie beißen, bringt's an! Bären! Bären! Was gibt's? Die Herrschaften schwächen Bären am Bauernhof, Marc. Was reizt'n so komisch? Ey, ich weiß, du bräuchte einen Zengel, Marc. So... Ja, das wird's geil, zu dir, Juni. Der ist sowieso alles vollständiger. Mensch, ist dat'n urwüchsiger Mann! Dann wär' ich doch sooo stark! So renn's da auf mit deiner anderen Taschen! Der da macht was anständig... ...oder gar nicht! So renn's da umeinander flirten! Der mann sein muss, der gäng'n's schon nie! Also... ...nehm'n umherab'n! Maria! Maria! Das ist so, was gibt's denn? Ja, nachher können wir zwar herschaffen, und hätten gern'n'n Zimmer. Richt'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'. Ich muss davon aufhören! Ich muss davon aufhören! Ich muss davon aufhören! Ja, Spenstein! Mich soll zu erschrecken! Schau, jetzt hab ich ausgeschett! Du! Für 17 Schädig 6 Schnapps ausgeschett! Ich kenn'n's ja grad'n Schädig schmeißen zu!" Du bist ein schöner alter Hoderloum! Du somm'n'n'n'n'n'n'n'n Möönn! Du eisst ihn nur drei Schilling gepufft! Aber... ...du wirst's ja verkrofen! …du hast das Loch! Das esd weh doch! Da aßd'n'n'n'n'n'nch! Jammern geht es ihnen meistens gut. So, ich darf gerne besser so Obst und Gemüse bei dir kaufen. Ich habe doch gesagt, dass du warten sollst, bis ich auf dem Markt war. Das ist wieder einmal typisch für dich. Du haufst, dass du ein paar Grauschen mehr kriegst und in Ramsch, was da bleibt, dann möchtest du es nachher mir antragen. Ja, dann schau halt zu meinem Bruder an und kaufe mir was an. Denn sei ein, der jetzt jung wird, das verschrumpelte Zeug, kannst du nicht kaufen. Aber sag einmal, wieso rissst du da alles so her? Für mich, wir kriegen jetzt da Feriengäste. Ja, fangst du jetzt mit sowas auch noch an? In die schlechten Zeiten, da musst du halt schauen, bis du was kommst. Ah, da können wir jetzt schon. So, das freut mich, dass das hier, dass Sie jetzt zu uns kommen wollen. Da hast du gar nicht so zu verkunftsdringen. Den Herrschock hat es mir auch sehr gut gefallen. Da sind Sie nicht nach, Sie werden begeistert sein. Kommen Sie nur. Schocken! Jeremias Wurm. Kiel, Obst und Gemüsehändler. Wurm im Naumann, nicht im Obst und Gemüsehändler. Einer, guck doch mal noch so ein Exemplar. Obst, ein Obst oder ein Sau kaufen wollen, jederzeit bereit. Später vielleicht, ja. So, wünsche. Bis später. Bis später. Ja, was willst du denn noch? Ja, zwei, drei Stamperl hätt ich schon gern noch. G'sierst du, dass ich jetzt gerade Zeit hab. Zuerst, bis ich zu den Herrschaften und dann auf den Markt. Einen Schnaps kannst du noch haben. Werf ich jetzt gleich? Und dann musst du dir Wurzeln schlagen, bis du auf die Noten weiter klemmst. Dass du nicht meint, ich hab' ich gekauft, das steht da auf dich, das geht um dein Geld. Weil, der ist eins auftage, die Weib. Immer bleibe ich arm und das ist mein Leben langer Stärz. Das ist ein paar Zaufeermodelle. Bär! Du kennst deinen Pullover, selber füße Stärk. Du musst ja Füße spättern. Der wird nur ein Länger spenden. Ja, ich glaub ich spend. Der ist doch fauerkrank. Warum? Weil er, ein Pohle, Flaschen, Schnaps, da, Stein, da, ist ganz ein Langer. Ja. Und, ah, ein Stamperl. Ach was, nur kann ich umsteigen. Wohin, du, es geht mir nicht hören. Ich bin da wirklich bei Weibach. Ja, was wollten Sie? Na, ich bin von der Landwirtschaftsschule, ausgebildet in den Reisen, Erkenntnissen, der Baubearbeitung, der Drogsvermehrung, Viehhaltung und Trempenverkehr. Sie sind ja so dafür. Aber was wollten Sie denn bei uns? Habst du nicht angefordert als Rubs gekauft? Na, da gehören Sie wahrscheinlich sicher darüber. Hab ich mal gleich gedacht, dass ich da voll spät. Du spinnst denn, du? Das Girl, so sinnlos in den Bauchen hilang. Und wenn du krank bist, dann haben wir keinen Schnaps. Und du kannst nicht arbeiten. Jetzt rechne dir mal deinen Verlust aus. Ich bin, ah, du bist sicher ein neuer Knecht. Genau, Rudi Meier. Nein, ich hab jetzt aber gar keine Zeit. Zeig dem Josef, wie man mit Tränken umgeht. Und du machst einen Stall und du hast noch ein Programmzeiten. Ja, ist das nicht. Ich muss noch auf den Markt. Dein Weg kannst du das fahren. Weil dein vergammeltes Zeug, das könnte so einen Sohkorn haben. Warte, nein, wenn die Leute vernünftig werden, dann können sie nicht vergisst, dass die Zeug sowieso nicht mehr. Das werden wir schon sehen. Josef, das ist immer zweites Lohn. Jawohl, dein Frauenverwett ist fertig. Werde, ist der neuer Tag, ja? Du bist froh, dein Umfeld aus der Städte gereist. Ja, sonst muss ich auch schauen, dass ich weiterkomme. Ich muss sowieso noch auf den Markt schauen, wie das Verkaufsduell ausgeht. Ja, und ich muss einmal nach unseren modernen Rösschen schauen. Der Bernd, der schläft im Main ohne, dass es dir beim Spingen nicht die Finger steht. So, jetzt waren wir allein, wenn wir uns einmal unterhalten. Also, ich bin der Double Disable. Was weißt du denn das? Das wirst du noch merken. Aber ich stell dir zuerst ein Gelinte vor. Das ist unser Haustraum, du weißt. Gelinte! Ah, ich glaub, dein schläft mal wieder. Weißt, ich bin ein ganzer moderner Landarbeiter. Ich war jetzt halt neu, meine 38,5 Stunden, dann ist Schluss. Du bist bei deinem Bauern gerade richtig. Nein, gar nichts. Ich bin in der Gewerkschaft. Und da schauen sie, dass ich nicht verarbeiten. Aha. Ja, dann bin ich auch in der Gewerkschaft. Aber wo der Gelinte nur bleibt. Ach, jetzt trage ich das, wie man so lange herkriegt. Gelinte! Wo sind die Leute? Ich komme nicht an dein Fenster. Da hinter Busch! Ja, sag' mal, wer ist denn da? Das ist der neue Knecht. Das ist so weit. Nein, ist das ein Mau. Und da sollt einer sagen, bei uns tritt man nix fürs Personal. Also die Leute... Also, ich bin da gut. Ich bin die Gelinte. Ich bin das Herr des Hauses. Eher, eine Tröbetasen. Also, den Josef als Freundenführer einführen. Weißt du was? Ich zeig dir das, wie man das macht. Die Gelinte. Die ist jetzt die Freude. Wenn ich dir das zeig kann, dann zeigst du mir mein Zimmer. Hört's? Oh ja, stell dir das Feuer, wenn's eine Beine ausmacht. Eher, aber erst mal, dass er alle fromm haben will. Also, meine Damen, dieses Haus wurde erbaut 1855, also Ende des 30-jährigen Krieges. Also, wer warst du das? Wie sieht man da aus des Barackes? Also, du wissen das, die feindlichen Leute so nicht. Sie glauben einem alles. Also, hier, das Wohngebäude, und da hinten die Ökonomiegebäude. Hey, da wohnt das Vieh, und dann die Fabriester. Du stellst dreier mal Stuhl und gibst dann jetzt immer dein Selbst dazwischen. Der meint, das hört so glatt. Da, die Kartoffelecker, und da hinten etwas ganz Besonderes, die Jauchengrube und der Misthau. Die dazu benützt werden, um die Wälder und Wiesen zu düngen. Hast du das jetzt gesehen, wie man das macht? Ja, aber das hocht euch schon reden. Das kann ich nicht. Ich hab nicht so ein Waffen wie du. Ich glaub, das wird nichts. Das geht nicht. So, jetzt möchte ich mein Zimmer sehen. Komm, ich zeig das. Mein ist das ein starker Mann. Ob ich, wenn ich da einen schweißen Frauen da übern Auge umgetragen, dann sag sie, heizen sie. Gehnt's nicht schneller? Aber so sind ja die Weiber. Sechs einmal einen neuen Kerl, schon seht ihr bei ihnen da oben was aus. Na, Gott sei Dank, bin ich noch verschont geblieben bis jetzt. Da lebe ich lieber gesund, um den Obst in konzentrierter Form zu leben. Also, ich glaub, sind sie für uns entschieden? Ja, ich schon, aber meine Tochter. Entschuldigen Sie, aber wissen Sie, da drüben, da ist alles so urwüchsig. So, ich weiß nicht. Stehen wir da auf der Grenze und wissen wir nichts, wenn wir da hinüber, wenn wir dort hinüber, wie so manche Gänze. So geht sie mir auch. Oh, aber wollt's meine Säge? Also, bei uns wohnen Sie bestimmt bequemer. Serena, ich glaub schon, wohnen wir da. Naja, meinetwegen. Auf geht's. Auf, auf. Den Hauptzahl erkehren. Oh jei. Auf, 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 wo du gehst. Ich weiß, das ist wie nervös. Gute. Sie sehen hier, das Wohngebäude erbaut, oh, 1725. Also, im Ersten Weltkrieg. Daneben wohnen die Kommunisten und dahinter ist der Krumpirnacker. Daneben haben wir noch die Königruhr. Die Jauchenkruhr im Holt, das wo sobald die Viecher unten ausjimmeln wird, will ich auf den Holt als Milchwerk oder? Ah, etwas weiter hin. Das, nein, das, nein... Scheiße, ich bring dich da. Aber ich dachte, dass du eigentlich kommst, ich kann das nicht, ob du da gesagt hast, du willst mich holen, wenn du es nicht auskommst. Ich weiß nicht, das ist eh nicht alles gegangen, aber du weißt weiter. Also, wenn ich... Papst, ich glaube, wir backen mal wieder den Koffer aus, ja? So was, jetzt hätt ich den Fränk für eine Ruhm rausgezahlt und da komm ich nicht sparen. Naja, kannst du nicht sparen. Hock ich mir halt da her und schau, wie der Bauer noch alles aufgeschrieben hat. Oh, alles. Was machst du denn da? Ich arbeite. Was soll das? Ich vertreib die Wühlmeier. Vorher mal am Tag hau ich mit dem Stecken da auf, denn nach einem Jahr sind sie alle weg. Ich weiß nicht, ich mach das ganz anders. Ich hab da meine chemische Kalle. Das zeig mich nicht an hoxen Daten. Das ist ja meine biologische Kalle. Wirkt bloß langsamer. Und die restliche Zeit. Du hast alles dann fausten, gell? So, wie sagen wir sie? Die Wirkung beobachten. Anstatt, dass du malen darfst, die Kier fordern. Nur keine Ektik, nur keine Ektik. Das ist ja umsund. Aber eigentlich, da könnt ihr ja noch meine Blotglasjäger holen. Blotglasjäger? Wo ist das? So, ich hol den? Wo solltest du? Ich seh meine Blotglasjäger. Die sind ja hohe Blotglasjäger. Ja, wo sollst du denn du denn? So, was muss ich denn noch tun? Eih, gegen die Schnecken muss ich ja noch was tun. Ah, halt, halt, das ist meine Arbeit. Seit wann reiß ich du um die Arbeit? Fünf Minuten muss ich nur bei euch arbeiten. Und das geht sich genau aus. Ja, von mir aus. Weil ich sollte noch springen gehen. Das ist aber ein wenig. Ja, das ist genug schon. Für die Schnecken. Ja, hey! Bist du ein Schnecken? Nein. Aber ich verstehe sie gut. Weil da noch so wenig drin ist. Da hat es doch keinen Sinn. Hast du eine Ahnung? Wenn ich das wohl mache, dann saufen sie nur und krallen wieder weg. Da siehst du dann, sie hat sich auch gespuren. Aber wenn ich nur so ein bisschen rein tue, dann müssen sie sich nach vorne fallen und fallen rein. Schau, das eine mache ich voll. Halt, das wird's voll weg. Also das stellen wir jetzt doch her. Ja, und das passt ja schon da. Das lassen wir da. Jetzt wollen wir dann morgen schauen, wo da mehr drin sind. Ja, und das kommt ja dann schon. Ja, wenn ich da auch was einmetat, dann hätten wir ja keinen Vergleich mehr. Mei, oh mei, was heut alles los war. Ja, was ist denn passiert? Heut ist der Frank reingegangen, der hat fast nichts verkauft. Ja, und der Albert, da waren ein paar so Grüne auf dem Marsch, die haben dann sein Zeug aus der Hand gerissen zur Preise. Ich bin ganz bloß vorn. Ja, und da hat nachher der Frank so einen zugekriegt, der hat sein Zeug auf die Straßen geschmissen und ist in den Löwen und lässt sich volllaufen. Grün, grün, grün sind alle meine Pölter. Blau, 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 und alles was ich mag. So schaut's. Aber das wird's euch schon noch runter. Wo ist der Bauer? Ja, der fährt heut mindestens in Fünffachen weg. Da brauchst sogar du mit dem Mercedes länger. Er muss schon in Ruhe sein. Ja, was ist denn jetzt überhaupt los? Ja, du brauchst gar nicht zur Neugere sein. Aber bis du kommst, ist das meiste eh schon vorbei. Okay, das ist fast anders. Brau, 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 sind alle meine Scheide. Brau, 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 it's always was ich bin. So schaut's nicht. So geht's. So Bauer, wo ist denn der Autor? Ja, ich hab's gehabt, dann hab ich's nie mehr gehabt. Ach, groß. Liebe Grüße. Nein, ja immer. Also was da wohl passiert ist? Junge Mai, der Bauer hat seine Schuldigkeit gedau'n. Der kann nicht mehr laufen. Geh'st jetzt an die Uhlen hauen mal. Pst, bst, bst! So ist der wirklich der Schau reinges conserve! Geh'st jetzt an die Uhlen hauen mal! Pst, pst! Pst, pst! Oh, ich bin so englisch, aber... Vierte, kochst du jetzt den Bürgermeister-Konkurrein? Ja, weil du jetzt das dicke Stück da aus der Garage ziehst. Ja, mein, mit irgendwas muss ich jetzt auch fahren. Ach so, du hast ja dein... Nein, nicht so laut, und das wird ein Fock. Ich bin ja blamiert, bis auf die Knoten. Hast du aber auch nicht grad mit dein Rausch den Zaun vom Polizisten umführen müssen? Ja, mein, einen kurzen Moment. Dann war ich aber wieder voll da. Ja, dass ich nicht lach. Aber ich glaub, der hätte vielleicht sogar Lauf gelassen. Wie du aber dann beim Weg gefahren, quer durch sein Schlafzimmer durchgehst, und dann durch sein Heiligtum, durch sein Feuchtbier da gefahren bist. Da hat der grüne Rad gesehen. Ja, mein, um den Locken war's nicht schade. Aber mein Auto und mein Führerschein, der ist eigentlich schon fertig. Hast du Nerven? Da in Ord hab ich ja nicht zum Machen drehen können. Und der Andere hat den auch leider geheimt. Aber er schweigt. Tausend Schilling. Die Reparatur. Na, da schweigen. Zieh still. Da kennt wer. Ich mach die Luftbumpen. Ja so, aber was machst du noch? Irgendwann soll ich ins Lagerhaus fahren und Kunstdinge holen, und du werktest mit dem alten Treffer herum. Du lässt mir Umweltfahrzeug. Also, ich eh spinnt er. Kunstdinge holen, braucht man sowieso keinen mehr. So, kannst du zahlen, aber kannst du? Nix, kannst du. Jetzt wird doch biologisch umgestalt. Nein, was der Arbeit gestern Girl-Konzert hat, das hättest sehen müssen. Da liegt ja das Girl grad auf der Strasse. Ja, und wieso brauchst du jetzt auf einmal ein Rad? Ja, so denkt doch an die Umwelt. So denkt doch, jetzt wird kein Umwelt mehr verpässt. So denkt doch an das Brei und an den sauren Reihen. Also, ich komm vom Reihen immer nur in die Traufe. Das ist nicht sauer, sondern Peter. Aber, wenn ich jetzt eh kein Kunstdinge mehr sein muss, dann kann ich ja jasen gehen. Das biologische Anbau hat seine Vorteile. Aufwärts. Aufwärts. Jetzt wird nämlich Mist eingraben und kompostiert. Wieso? Der ist ja gar nicht musikalisch. Warum das? Weil er komponieren soll. Kompostieren. Das heißt... Ja. Ja. Ja, das verstehst du. Ja sowieso eine Idee. Ja, bist doch jetzt komplett. Unkel Kreipel. Da siehst halt, was so ein Erlebnis alles bewirken kann. Ich hab noch einiges anderes zu erledigen. Sollte er schon oft anders werden müssen. Ich leider nicht. Aber, was soll ich denn Mist hernehmen? Wir haben ja nicht einmal Mist auf. Ja, da, recht. Dann nimmst du den Eimer, schreibst raus und stehst dann um. Ja, und wenn ich da reinfall nachher, kann ich nicht einmal schwimmen. Dann nimmst du halt Schwimmfläger, aber jetzt tu was. Ich geh eh schon, also. Besser ausbreiten, umgeraden, Schwimmfläger. So, meinst du, dass du dich ein bisschen übertreibst? Nichts mit dem Problem. Jetzt machen wir auch biologisch. Und zwar ordentlich, und nicht so halbwert wie der Knurkeischler. Weitst du gerade für uns? Hat wieder mal graust. Du schreist ja so laut. Ja, dass du das weißt, wir machen jetzt auch Bio-Hauf. Bei deinem, was du diesen Kunstring rausgeschmissen hast, ist der Boden ja für 20 Jahre zu sein. Ist halt ausgemiesen, der Vater hat's ja wohl. Ah, selber dein Kopf zurückgeholen. Aber ich kann ja nur froh sein, sonst würde ich auf die Idee gar nicht kämpfen. Ich seh, Gold hast du keinen Kopf. Du, du, du Erbschleicherin, du. Du, Auslandschirr, der Kleidersteinter. Ich weiß, du, mein Bruder, mit deinem, war ich schon ein Kleinkammer. Aber du... Das brauch ich mir nicht sagen lassen. Franz, tu was. Das wird dann ein Leid tun. Auch, wenn du recht hast. Ah, was schreckt ihr nicht auf. Das wird alles noch gut werden. Kommt, geh ins Haus und spinnen dich. Das beruhigt die Nerven. Weiß nicht. Ich würde auch noch mal da gern ein bisschen was beten, aber... Du weißt, dass ich das nicht brauche. Die Täschern. Die Luft ist nicht, was man drauskriegt. Im Augenblick noch nichts. Aber da das war's faul. Ja. 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 Aber das habe ich in der Schule auch nie begleift. Das ist natürlich ein schwieriges Problem. Und in der Kirche kenne ich dann später. Das sehe ich mal wieder mal. Eigentlich studiert und kennen sie nicht überall aus. Also, ich habe den Sandkappen. Wolltest du mir das nicht anweschen, wenn man ein Schliessloch aufkommt? Ja, ich kann dir nicht mit dem Staub die Ohren herumlaufen. Weißt du, es ist folgendermaßen. Auge nehmen, du wirst 100 Kilo annehmen. Komm, spinnst du? So, es geht doch nicht. Du wirst es zuerst 5 Kilo zunehmen, dann gehts. Nein! Oh, ein Schuch. Verner ist soe mich wissen. Nuh war da hinten diesen Blicer Der darf der Staubheis. Oh, der, der hörte schon ein. Applaus Das dauert dann immer so lange Was häkeln Sie denn da? Oh, die Emanze Weshalb Emanze? Was ist der Unterschied zwischen Strichen und Tecken? Und der wäre? Also Beim Häkeln Beim Häkeln, da müssen Sie zuerst Also ich strick Und was? Zwei linke und eine rechte Zwei linke Ärmel Also schauen Sie mal her Ich bin nicht nervös Das ist eine Die rechte Masche Machen Sie mal zu einem her Ich bin nicht nervös Das Was? Linke Maschen Zeigen Sie mal Es ist mir auch wieder eine Abgeflohn Verstrahlen So, so Machen wir da nicht Das Spiele Der Herzeug Bin nur das Stricken Stricken kann ich leider nicht Aber ich krieg jetzt ja was anderes Zeug Ich kenn dir beides Zeug Ich glaub, da sind mal zwei zu viel Ich bin ja klar Bitte Später 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 Ich glaub, da ist nicht mehr einer zwölf Was willst du denn noch? Ja, wir haben ja gedacht Überstricken lernen Seitdem das wir Bierhof sind Müssen wir das bei uns jetzt da können Wo sind wir jetzt? Bierhof Ich kenn Platz für Ihres Bonhoff Aber Ihr fahrt an seinen Rollen Ja, da spielen heute alle Ich will mal spinnen Das schuld' ich auch noch tun Das schuld' ich auch noch tun Jetzt muss ich gerade mal noch haben So ein Schnee geforscht haben Weil in letzter Zeit dreistlern sie den Hund in Wurst haben Da ist ja gar keine Tringer Jause Jause Ja, was gibt's? Warum klappen das mit den Schnecken voll nicht mehr? Äh, hm Ja, ist ja ganz klar Auf das Böhle Bier fallen die Schnecken nicht rein Das ist ja ein Ausständiges nehmen Ein Bauch Ja, ein Beißen, wie ein Gork Ein Taubelbauch Wo werden sie gleich saugen und fallen rein Und? Sicher Du besorgst das Bier Ich mach das nachher Jause Was machst du denn da drüben? Jetzt bist du bei uns Jetzt hast du bei uns zu arbeiten Ich komm gleich Ich hab nur Berat und die Funktion im Augenblick Du besorgst bis heute auf Nacht zwei Flaschen Bauch Ich mach das nachher Von mir aus Ein Versuch ist wert Hab's ihr heute ein großes Fest? Nein Wir können nur Schnecken fangen Ach so Und da saust du dann zwei Flaschen Bauchbier Dann bist du eine volle Viere Und dann siehst du besser Ja Aber Ich sag auch noch was ich meine Schnecken tun Ein paar Spritzen Und Schneckenkorn Das darf ich jetzt ja nicht mehr nehmen Weißt was Da besorgst du bis heute auf Nacht Ein Bierflaschen Bauch Und ich sag dir das dann wie das geht Du spinnst Denn du Ich hab' reingemacht was du das wieder kaufst Ja und das Schneckenkorn Das kaufst du auch was Und kannst du deinen Flaschen rein Und da kannst du viel Bier kaufen Da hast du recht Verwirrmaß Aber Ich soll nicht düngern Und ich hab' keinen alten Mist mehr Was soll ich da wachen Ja du gehst beißt den Hirnstall runter Das ist ein hochwertiger Mist Du hast schon recht Auf dem ganzen Garten Verwirrmaßt die Leute Geh mit Ah Apropos Mist Ich muss noch zuerst Was denn Ich hab' noch 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 Du gehst schön gart'nasse Was Ich Ich hab' noch Ich hab' noch Ich hab' noch Ich hab' noch Nein Ich hab' noch Ich weiß was ich mach' Jetzt weiß ich wieder Strickerei geh' Und da ist ein Herr Der projections der am Wert seinen Strick zeigt. Ich denke mir nicht, hat er aber. Das ist ein Doppel. Ich würde ja denken, die Katzen sind das gewesen. So, wenn man gedacht, so was müssen die Bogen heutzutage in der Schule schon lernen. Das ist ja auch nicht bereit. Nein, da kann man du ja auch nicht. Zwei Stunden und ein Zentimeter. Haha, sag was du strickst. Ja, was du mit deinen Wurstfinger kannst, das kann ich schon lang. Lass ihn her, denn du hast dich nicht in Polobe stricken. Dann, 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 fuh, fuh, fuh. Schau, hab mir die Katzen wieder die Wurstfinger. So, ja, nächstes Jahr kann ich mir wohl nicht. Schau, da ist einfach. Du bist was? Oh, da ist nicht kurz. Schau, da. Ja. Mensch, da zwei Männer stricken ja um die Wette. Ja, stell sie nicht vor. Ich stricke da einen zusätzlichen Polobe, der hat mal von mir. Du willst sicher noch mehr stricken, ja? Das bei mir passiert. Matthias, du müsst den doppelt sofort machen. Ich kann mein Figürchen schon aufs Engel auf. Ja, die Katze und der Geisterbaum. Bei mir hältst du's auch nicht schlecht. Guck mal an mir. Stehst du aus meiner Wurden? Brauchst du nicht so ein Backschirr sein? Ja. Entschuldigung. Ja, bitte. Ich glaube ich spinne lieber mit wendiger Zuschauer. Oh, ja. Zeigen Sie mir mal, bitte. Zeigen Sie mir mal. Zeigen Sie mir mal. Ha, ha, zwei Werner sind. Nee. Na, ist nicht alle Tage ab. Aber dort seid auch Feierabend. Na, willst du auch stricken? Hü, na. So was ich anfange, ich nicht auch. Ha, ha. Der hat dir was getan. Sicher nicht schlemmers. Bleibt seltsam. Da ist jetzt aber ganz gestill. Da ist irgendwas passiert. Höchst mir, höchst mir! Der hat sich über den Spinn angestaufen. Der hat sich dann im Umbruch gefallen. Wie ist dein Rösschen? Gib ein Puzzl. Dann wacht's schon wieder auf. So ist es die Beherrschen. Aber Klaus, ihr tut es vergügt. Na. Ja. Das brauchst schon. Lauch halt ich nicht mehr. Das brauch ich nicht, der soll mich noch nie gemacht. Ich muss das tun. Das ist zwar geteilt, oder es hat die Nebstes, die Toebearer, und dann, dann gibt's dir da ... Blut, wund. Und schau' ich nachsachen, damit er das ja hört. So in der Gebrauchsanweisung, wie man einen Mann auf Reis geht. Das mach' ich. Wann sein muss? Er muss ja mal lernen. Er ist auch ein Mann. Er ist auch ein Mann. Bleib' mir ein Spiel, bevor sie wollen spiel'n. Ja. Ja. Na. Ja. Wehtrauch. Länga. 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 Manche Leute werfen auch nie, wenn sie stören. Hey, hey! MunThe Spill'n raljung. Die muss in Storf, die gemeint sind. Die muss die Schaufeln. Also mit den Blinken. Und eines mit den Groben. Ach, was? A den so dazu achten. Genau, bist du nah, hast du ja nah, so schwer. Na? Ja, leider. Weißt du, was mein Auto macht? Der, der baut das Herr Kolzen. Mit dem Dill. Wo er herzheilig sagt, das Herr Kolzen. Oh, was ich weiß. Das ist alles, ja. Franz? Ich brauche es auch zu dir. Du wirst doch nicht... Du wirst doch nicht... Na, na, na. Ich mach nur dir halt. Du, vielleicht mal über den Scheißen gehst du rein, den Milchmann. Das halt ich dir ein Gerücht. Ich geh gern mal nachschauen. Ja, ja. Im zunehmenden Alter, da werden die Mondsbrüder aufnarrig. Da musst du schon schauen, dass du ihn kriegst. Also, ich... Ich besorge mich noch an. Also, wenn sie kommen, dann belausch ich dir einmal. Ich glaub, so dran zu schauen, der Herr. Ja. 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 Und da hinten alle, ich komme zum Matten. Frauen! Frauen! Das sieht so laut. Hast du es erreicht? Ja und nein. Ja, was jetzt? Also, geregelt habe ich das auch. Ja. Aber, kriegen darfst du noch nicht. Erst, wenn du gezahlt hast. Ja, also. Wie viel? Setz dich nieder. Dann kann ich das an. Ja. Hast du es wohl mit? Aber ja. 15.000 Schilling. Ja, spinnend, ey. Was? Es war schon einiges hin. Und dann das, das... Schweidegeld. Schweidegeld? Ja. Ja, und die Papiere? Hast du auch was erreicht? Nein! Das sind doch die Akten! Jesus! Aktvater! Ich hab' nur die Presse nix da trock! Nein, nein! Man hat mir versichert... Ja! ... 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 Und vor, meine Frau, sie dürfen nur vor, was sie fragen. Das glaube ich schon, du Lustmann. Ja, ich habe gedacht, du bist mein Freund. Aber sicher, auch nicht aus, die doch verlassen. Aber ich habe doch auch ungekosten gehabt. Und doch schweigen. Schweige, Girl, ist schon klar. Nein. Ist er wohl echt? Ja, vor allem. Aber im Ganzen kriegst du mir nicht hin. Aber die größere Hälfte möchte ich schon haben. Ja, was wollt ihr denn jetzt noch? Ja, auf einen Schnaps. Bei mir, da gibt es jetzt kein Gift mehr. Achso. Du, habe mich ganz vergessen, dass du jetzt auch biologisch machst. Fühlig, gell? Aber dann gehe ich lieber. Es ist so ungemütlich und trocken bei dir da. Ich wollte es arbeiten. Aber er stammt, wenn du kannst nach oben. Trinkst du uns nicht? Nein. Nein, dann... So ein Teil. Hapsch! Ja, was war denn das? Ja, ein Fuhl, der Freil. Was machst du denn, du, da? Ja, ich... Ich tue unklapp zu... Man darf doch jetzt keine unklapp Verdunkelungsmittel mehr verwenden. Geh weg! Ich setze ein Fahnen an. Schau, ganz null tot! Sag, bist du jetzt auch grün? Nein, ich bin im Herz des Lebens. Da spült mir alle Formen. Ich hat gelauscht. Aber mir soll es wurscht sein. Ja, alle herkommen. Maria, Rudi, Josef, so kennst du auch. Was schreist du so? Das wirst du nicht davon. So, setz euch mal nieder. So, sind wir jetzt alle da? Ja. Nein. Die Gerlinde, Földer. Ich sech's nicht. Gerlinde! Ich wollte geibst denn. Ich hab nichts zu fahren, Wurst. Ich hab so einen Zau immer alles verklebst. Was zeigst du denn? Ich hab's ja auch. Also, liebe Bewohner des Eichholfs, ist wirklich warm. Warum? Weil du so feierlich bist. Ach, was geht? Nachdem wir jetzt ein biologisch-dynamischer Haufsand... Dynamischer Haufsand! Jetzt holt's einmal zusammen. Leider fällt es uns am natürlichen Dung. Deshalb müssen wir unsere Sekremente... Ex, ex, ex. Dass du auch nur an Zauber denken kannst. Nein, nein, das heißt die Ex-Kremente. Ist ja wurscht. Jedenfalls wisst das, was ich moin. Seitdem wir halt an die Kanalisation angeschlossen sind, kassiert das die Gemeinde und zahlt nicht einmal was dafür. Im Gegenteil. Ich, ich kann für euch ein Mist zahlen. Ich hab mir alles überlegt. Wir schlagen zwei Fieren mit einer Klappe, weil wir in Zukunft alle das Klohaus da hinten benutzen. Oh, das... Ja, frage ich. Für was sind denn die Rad? Der Rotabstand, der ist genau Baitbreite. Wenn man seine Sorge ledigt hat, dann schiebt man das Gefährt exakt. Unrot und drehen weiter. Das sind gerade genau 40 cm. Aber das ist ein Rotabstand. Außerdem ist auch noch ein Rotzinnen mit dem Däckst du so schön zuhren. Kaum auch zur Reinigung benutzen. Da sparen wir das Klobapier. Schaut euch deinen geizigen Schuften an. Das hat auch wieder was dann sparen angefangen. Das wisst ihr, was das geht. Los an die Arbeit. Und das Klo im Haus hab ich natürlich abgesperrt. So, an die Arbeit, los. Du, Mann. Ich muss drücken. Von mir aus, ich muss um einen Kompost schauen. Also, ich kann bei den ganzen Sachen nicht mehr mit. Jetzt hat man es toll auch gemacht, bis man das Spurkassett, glaube ich, ja gehabt hat. Und jetzt hat man so erdenkt. Und wo ist er denn jetzt? Wie hat er schon gesagt? Das ist ja, warum der Klo zugesperrt ist. Ja, man muss jetzt in Form bei den Klo aus dem Wort benutzen. Ist das defekt, oder was? Na, aber wir fahren jetzt damit auch. So macht man das anscheinend zu. Das ist das Ding. Geh ich nicht rein. Muss doch sein. Eins, da ist es fire, wo ich besollen sein herrn kreierst du dann um ein roh und freierst du weiter. Da gibt es ja kein verbind. Gros am I. Gros. Mein, unser Bauer ist halt immer ein fensterischer Feind zum Sparen. Das ist ja eine Zumutung. Haben Sie sich verleichtert, Papa? In dem Gras schneidet man sich ja so. Wann zieh ich denn aus? Mit Ihrer Tochter? Natürlich. Mein, ist das schön? Dann hab ich endlich mein Jogdrevier mit der Familie. So, hast du etwas erreicht? Jo, bis morgen grü... Gerlinde, wirst du nicht in der Kuchel, die einer braucht? Ich geh ja schon. Ja, du? Ich geh ja schon. Aber zweins mit, keins ruhiger Win. Ich schwere nötter. Ich schwere ohne Geld. Weißte was? Ja, ja. Der hat vorher gelauscht. Aber ich nehmts da keiner sehr voll. Da hast recht. Aber mein Auto, das muss jetzt wieder in die Garage, bevor mein Weilbis was wahrnimmt. Da hast recht. Weißte was? Wohin? Ganz hinterfrieren. Da bring ihn dann. Ja, hey. Wohin willst denn du? Ich sollte mal da hin, wo der Kaiser zu sein. Und das ist jetzt im Garten. Au! Du? Ja, doch. Du hast auch noch einen Sinn erfüllt. Was? Sag' mal. Ich bin's jetzt. Das ist meine Erfindung. Das lass' ich patentieren. Das wird in jedem Garten schneit. Das er notiert an Wasser und ist billiger. Mein Gott. Dünge ich halt. Nein, das ist mir die Geist so gut nach. Ich will mit dem hab ich bei dir recht. Ich hab mit dem an Sie es muss gehen soll. Nein. Ist auch teuer. Da bitts ja kein Papier. Bei uns nicht mehr groß. Ist auch mal freundlicher. Und fügiger. Das schneit aber! Dann musst du halt der Prähert noch nehmen. Ich glaub, ich muss da nach Gebrauchsanweisung ausdenken. Kennst du nicht wenigstens Moos aus die Tür? Nein, Moos, das gibt keinen so guten Kompost. Was liest du denn da? Moderner biologischer Gartenanbau. Hier, ich brauche Kompost. Und das dauert zwei Jahre, steht da drin. Jetzt schau ich halt, ob das nicht irgendwie schneller geht. Du musst halt viel Wirm einsetzen. Ja, das steht da drinnen. Dauert aber trotzdem über ein Jahr. Nachher nimmst du halt den Tennis-Ewickler, den neuen Kompostwurm. Was soll denn das? Ja, das ist ja der Star unter die Würmer. So wie der Boris Becker unter die Tennis-Spüller. Jetzt möchte ich dir nur wissen, was die Tennis-Entwicklung mit meinen Garten zu tun haben soll. Ah und, hast du dir besorgt? Bestell mich jetzt nicht, ich brauche Wirm. Willst du jetzt auf einmal frischen Bier? Nein, mein Komposthaufen brauche ich einen. Ach so. Ja du, da hab ich gehört, da hat's einer neilig so elektrisch rausgeholt. Das kostet auch Geld, oder? Da steht was. Die einfachste Methode, Würmer aus dem Boden zu locken ist, wenn man gleichmäßig im Rhythmus auf den Boden trampelt. Die Würmer meinen dann, es regnet. Und kommen heraus. Das machen wir. Das ist brauche ich. Los. Rumpel. Na, ich hab Feierabend. Du, Hertha, das gibst dir vorstück wie der Stärz. Das ist eine Preisung. Das ist eine Rechnung. Na, na. Na. Ich glaub, da kriegt keiner. Das ist ja kein Rhythmus. Ja, dann zeigst du's alles. Mit alles kann man's selber machen. Das ist ja genau wie ich. Das ist ja genau wie ich. Das ist ja genau wie ich. Ich hab's doch noch angerissen, du Depp. Ist das eine neige Volks? Stimmt. Nicht komplett sein. Ich hol's Bier. Da. Ein Blaschen Bauch. Der Schneck. Aber wehe, du Selbstbeserver. Aha. Bauchfrau entscheinend zwei Fraschen. Ja, du hast ja einen viel größeren Garten. Aber das stimmt wieder. Aber wehe. Ich sech mal. Na, unnötzig ist nicht. Stimmt, Bruder. Da sind wir jetzt online. Morgen eine unnötige Schneck. Auch gibt's nur mehr Brenner, ist gesagt. Aber schön ist das schon. Ich allein und sechs Bauchbier. So viel lang hab ich schon keinen Rausch mehr gehabt. Ja, zwei Jahre muss das wohl schon her sein. Ah, was. Ich riskiere, der Brenner ist das so. Ich halte mir jetzt noch hinter die Bauchkomme. Und dann gehe ich mal ab. Ja. 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 Ich halte mich nicht. Ja. 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 Ich sage das. Ja. seisisonsachen. Ja, ist ja kein Wunder, wenn du immer deinen Dampf einordnen musst. Aber du weißt, dein Morgen noch einschnecken und ein Jahr lang brennen ist zu oft. Das kannst du ja merken. Zu saufen. Ist ja schade um das gute Bier. So, jetzt macht ihr was biologisch-dynamisch. Ich geh zum Freistelett. Kaue ich auch, wenn unsere Kerzblätter zu sind. Also, ich glaub, da hinten ist ein rotes Fenster. Aber ein bisschen aufgeregt bin ich schon. Ich glaub, die gehen ja zuerst in den Garten und essen aber kein Müll. Die sollten angeblich fast die gleiche Wirt bekommen wie die Füllen. So, auf zu Tag. Wo ist sie eh schon, die Leute? Ich geh mal zu Verena. Ja. 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 So, ich schalt die Konkurrenz aus. Schau, schaut euch das Luder an. Sie werden sich wundern, was für große Früchte so biologische Anforderungen da bebringen kann. Hau die Tränen da tatsächlich Katzdinger in den Garten. Na ja, auch können wir noch ein bisschen. Ja. 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 Was machst du da hin gehören? Ja. 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 Was machst denn du da? Ich mach den Bauch zum Gärtner. Aber komm, ich sag dir wo die Leiter ist. Na ja. So ein Schuft. Dein Ziel geht die Leute unter den Händen, mein. Hey, pass auf, ich glaub da kommt wer. Raus. Geht wer da um mich oder da um mich? Ja Mensch, bei dir ist es doch viel gemütlicher. So, jetzt weiß ich was ich mach. Hey. Hey, euch das. Wie geht's hier jetzt zum Bauch? Wie zum Tauchenpauch? Ne, jedes Mal, wenn's so weit weg kommt da jemand her. Ja, da kommt schon wieder hin. So da, das hat mir mal ein Fischer gesagt. So kann er da. Willst du da? Jetzt brauche ich das Arbeiz in die Wien. Mensch, das ist ja ein Ding. So ein Schuft. Ich schaue gleich mal noch in mich. Nee, lass das jetzt. Die Luft ist rein. Ich weiß nicht, Morgz, 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 Morgz. Ein Faug für einen Fest schon ist überall der Teufellosa. Aber bald mehr mich nicht mehr. Der E-Hundling, du gehst heute her, die Hälfte bringt mir auch nix. Das ist mein Lieber. Ich hätte in meiner Zucht nur wieder mal eine Blutaufrischung gebraucht. Aber was machst denn du noch auf? Ich war bei der Powerpusser. Was soll denn da schon gewesen sein? Außer, dass sich jeder noch mehr jammer. Portner, wir sind auf dem Vormarkt. Der ist heute wieder wichtig. Oh, was hauen wir denn da? Oh, schau. A Schnee, kommen wir noch. A Schnee. A Schnee. W-w-w-w-w willst, da-w hier? Ui, aber bis morgen muss es weich sein, weil ich jetzt kriege ich nur ein ganzes Jahr lang frei nehmen soll. Herr Eimer, Herr Eimer, mein Dressor ist da! Auf drauf! Hey, nein, ist der Kurner da? Ja, was auch? Halt jetzt mal, da ist der Kurner ein Stab! Oh, don't shake! Das ist ein Neujahr! Wie schaut's denn so aus? Das ist ein Neujahr! 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 Oh, frische Brötchen. Das ist schon zu regeist. Au, seid ihr nicht so grau. Heut Nacht war's zärtlicher. Bis ich gemerkt hab, was ich in die Hände kam. Ja, das stimmt. Einmal grau. Aber ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wenn du das enttunchen, ein starktunchen gemerkt hab, dass sie nicht überrecht bringt. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wenn du die Hände nicht zusammenküren kannst. Das ist doch immer so gemein zu mir. Haus und Autor, da spürst du wahrscheinlich schon letzte Sachen auf. Das können sie doch bei uns da auch. Ja, aber mich ist da in dein Geschirr. Moment, wenn wir gar auf. Jetzt schaut ganz genau so. Jetzt geht doch gar Ruhe. Jetzt hab' dem Plomar kriegst du jetzt mindestens 300 Pfund Schilling, der Walter-Präsident. Ja, jetzt ab 490. Ja, sag's einmal. Ja, sag's mal. Und das Wurdeckste, da hab ich alle Ruhe. Und heute Nacht ist der Tresor ausgekauft worden. Ach so? Du hast dir gar nichts drinnen gehabt. Ja. 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 Ich mein' ja nur. So viel Geld hat man doch nicht zu Hause, oder? Auf der Bank. Da willst du mich doch nur gestohlen. Und im Haus nicht? Ja. Verena? Hast du vergessen, dass wir heute früh abreißen wollten? Kannst nicht du. Wir stricken noch ein wenig. Aber zuerst mit meiner Spinnen. Ich glaub, ich muss auch noch ein paar Bohnen singen. Du musst da bleiben. Weil du gehst nämlich jetzt aufs Feld raus. Und der Gelände, der hilft dir. Mit der? Ja, auf geht's! Wenn man schnell in der Nähe bleibt, bist die Polizei da oder? Ja. Aber dich muss packen. Ich hab' ja verdammt wenig Zeit, Freunde. Ich hab' ja verdammt wenig Zeit, Freunde. Ich hab' ja so farme Eilig. Aber sag' warum hast denn so viel Geld im Tresort gehabt? Ich hab' ja gar nicht so Lust davon. Außer dem Testament, weil's auch nix im Tresort. Aber wenn ich sag' 200.000 Schilling-Fahrt, dann ersetzt mir das ja doch die Versicherung. Nur, dass das Testament weg ist, das gefällt mir überhaupt nicht. Und der ist in die falschen Heldkämpf. Das mit dem falschen Testament, das war nicht arg. Da hast du schon einen Platz hineingefallen. Ja. Aber jetzt, der ist... Aber sag' ich mir, neig doch! 200.000 Schilling! Das stimmt schon. Ja, aber du hast die letzte Versicherungsprämie, dann gar nicht einzahlt. Kürmei! Den musst du sofort überweisen! Na, weißt du nicht zuerst vor? Ich hör' mich an mir! Ich hoffe, dir geht das gut! Ich hör' mich an mir! Sag' mal! Du musst du gar nicht! Na! In der Sache wird mir da zu heiß! Aber wir haben's doch in der Hand, das Testament ist ja unser! Ach, das schon! Und nun sagtet, das sind 200.000 im Seehof gewesen. Und die Bullen haben auch schon angerufen. Warum denn der Text? In der Versicherung, oder was, denke ich. Aber ich muss verschwinden. Im Seehof war natürlich kein Geh, aber man möchte die Bullen erkennen! Aber du machst dich da erst recht verdächtig! Außerdem machst du da ja einen Versicherungsbetrug, du könntest mich überführen! Hey, nee! Das ist mir so riskant! Das ist mir so riskant! Komm! Du musst bleiben! Warum schaff' ich das nicht? Ich will uns auch nicht betest! Ja, ich glaub' ich knutsch' da! Ja! Ja! Und das ist wirklich ein Problem, um' ich bin und dann... ...zuschnack' какой way! Kein lieb' ich hin und Faith-Buch! Man nur noch mal etwas Vielen Dank. Ah, ist das schön, wenn der Schmerz euch langsam nachläuft? Oh, vielleicht ist man... Oh, oh, was lieber, was schleicht vom Bauchbier, als wie vom Stärz. Hässig? Ist er laut, Marco. Bin ich da richtig bei Weber? Ja, wenn sie da auf dem Strich stehen, dann sind sie auf jeden Fall richtig. Willst du mich auf den Arm nehmen? Bin ich so laut. Ich, nein. Wird gut sein. Aber wir haben da Weber und dort Weber. Ach so. Das ist ein Dynamisch. Das ist ein Damisch. Ja, auch den Eichhorn von Franz wehren muss ich. Ja, dann könnten sie da richtig sein. Das heißt, er könnten. Nein, sie sind da richtig. Also, drücken Sie sich deutlich aus. Nicht so laut. Was haben Sie eigentlich letzte Nacht gemacht? Ich, äh, wollen Sie uns die Zeit wissen, bei der ich noch was weiß? Oder bei der Zeit, bei der ich nichts mehr weiß? Im ersten Fall, da können Sie mich schon fragen. Aber im zweiten Fall, fragst du lieber die Schnee. Ja, letzte Nacht ist hier doch ein Safe ausgeraubt worden. Das muss der zweite Fall sein. Was heißt denn das schon, Ritter? Oh, hey, so laut. Ja, dass ich davon nix weiß. Ja, ist das so. Aber was sagst, ein Safe ausgeraubt. Ja, der von Franz Weber und 200.000 Schilling fällt. Das ist nicht lang. Ha, ha, ha. Der Dain sein Konserventausend Schilling. Und 200.000 Schilling. Kann ich mir nicht vorstellen. Wo der doch für jeden Grauschen die Zinsen ausrechnet. Schaut, der rechnet, der legt ja erst jeden Schilling eine Minute vor Schulterschluss auf die Bank, damit er es einen ganzen Tag anschauen kann, aber für den nächsten Tag schon die Zinsen kassieren kann. Aha. Rechnet so ein Blödsinn? Ja, komm jetzt endlich. Dann schreckt sie wohl zu uns. Ich würde ein Kuchen, es gauernst mir, ich würde den Lollatsch herum. Und wenn gemütlich. Das war schon das erste Verhör. Aber Sie sind wahrscheinlich die Bestohlene, oder? Ja, und mein Mann. Beides fülle Gold ist, weil ich... Das ist eine Ruhe, ja. Ich fahre mich auf, danke. Ach, gnädige Frau, drängen Sie sich doch nicht so auf. Wenn das ja in den Vorschriften entspricht, zahlt das ja sowieso die Versicherung. Moiner? Ja. Und das habe ich noch gar nicht gedacht. Sehen Sie? Und jetzt zeige ich Sie mir bitte den Tatort, ja? Also, hau dich scheinheilig tun. Ui, ey. Ich glaube, mir wird's wieder schlecht. Naja. Wird wohl auch düngen. Das war doch nicht ganz verbautes. Das ist nett. Das ist wieder weiter. Ich hoffe, das ist auf Zeit. Nein, ich seh's ein Fäscher-Polizid. Also, wie's da ein Uniform am Mau interessant machen kann. Und Ehring hat da auch noch keinen gehabt. Also, auf Sales vorher, drei Minuten schon. Hast du ihn ja nicht, wie ihr's gesehnt? Das soll bei uns da sein. Nein. Also, georberst du nichts? Ja, der Fahrer muss gar biologisch dynamisch. Aber noch georberst du für uns ein schneller. Also, das Klo-Haus im Garten, das ist ein Klo-Garten. Das mit dem Gras, das ist der größte Hammer. Und das ist, wie's zahl mir deinem Bauern noch zurück. Wisst's was? Ich hab da eine Idee. Also, der Bauer muss da immer am Punkt seinig. Also genau, am Punkt seinig aufs Klo. Ja, und? Ja, lass zu. Lass zu. Und dann, ja, Mann. Das sollt man zu tun. Okay, ich hab mir jetzt gespiele Jappos. Ja, ich hab gar nicht gut, dass du so rampiniert sein kannst. Morgen. 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 Bei euch ist ja schon schlimm was los. Du, der Bauer sucht dich. Ja, kaum ist ein Kerl. Der will seine Versicherungsprämie zahlen. Mit dem kann was nicht stimmen. Das erste Mal, dass der ohne zweite Mahnung zahlt. Den kann was nicht stimmen. Ah, Papa ist ja. Meine Schuldenhaft, das drückt mich halt so. Ah, Papa, doch. Das ist 1 Minuten noch viel. Ich muss einmal. Machst du das nach der Uhr? Ja, ziehe den Darm zur Pünktigkeit. Der Ampe ist gesund. Nach mir, da könntest du sogar die Kirchturmur richten. Und was los? Da haben wir die Sommerzeit rund still. Dann, dann stellt sich mein Daheim automatisch an. Schaut euch da hin an. Die meisten Leute haben die Uhr auf der Hand. Der hat's am Hinter. Da waren wir angeschmiert. Jetzt müsst ihr doch alles schein da bleiben. Bis der Polizist da war. Er hat gesagt, ihr wollt alle zusammen verhören. Wir bleiben gestehen. Seht ihr in den Garten? Ja. Ja. Ja, was los denn? Stimmt das eigentlich? Dass bei euch heute Nacht ein Dressor aufgebaut worden ist? Ja. Trinkt ihr nichts mit mir? Jetzt seid doch gestillt. Wart noch Schrei. Was für ein Schrei? Pssst. Ich glaub, ich geh lieber. Was hab's ihr denn? Ich bin sehr zart. Was ist so eine Hornhaut am Hälften? Dafür schaut euch deine Tränen aus Goldgier auf. Und zu einer kann sich einen Hälften zu kratzen. Aber der nimmt quasi super rein. Ich mach mich immer mehr so leer. Ich muss keinen zusammenlegen. Ja. So. Ich geh auf. Wir hätten alle da. Machen wir das Verhör. Oh, ich geh aufsteh. Machen wir das nicht. So musst du nicht. Ich sag's nicht. Aber das geht doch nicht. Wann soll ich das? Das kann mich doch nicht zu machen. Oje. Schon spart. Ich soll dann noch mal reinschauen. Auaaaah! Was war denn das jetzt? Ja, jeder tut halt anders. Und wenn der Polizei tut das halt so. Was sollen die Brennnesseln in dem Gras? Es ist ganz gesund gegen Heimat. Bei uns, da macht man das ganz natürlich. Denn das hält man ja gerade so. Als beim Schiss ich saß, heiz ich meinen Tisch ja an. Jetzt ist der Lied, der ist zu uns. Ja, und mich hat's erwischt. Jetzt kann man komplett. Machen wir das doch ja. Sind alle Bewohner des Hauses versammelt? Nein, ich glaub, die habe ich reiner bald noch. Ich geh's holen. Da kommt sie grad. Ach, guten Tag. Wollen Sie auch in diesem Haus? Ja, zur Zeit schon. Ja, dann setzen Sie sich hin. Ich will von jedem wissen, wo er oder sie heute Nacht war. Was gibt's da zu jammern? Wer ein Alibi hat, der soll es sagen. Hast du ein Alibi? Ist das fast zum Eis? Ja. Wenn es so nicht geht, dann in der Reihe nach. Name? Ja. Wollen Sie? Ja. 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 Und wer hat sie gesehen? Ja, die Gerlinde und die Schnecken. Und die Schnecken. Und die Schnecken. Und Sie ja auch unterwegs. Was haben Sie gemacht? Ja, ich. Ja, Sie. Ja, Sie. Ich bin spazieren gelaufen. Spazieren gelaufen. Warum auch nicht? Ja, und Sie? Spazieren gegangen. Und Sie auch? Spazieren gegangen. Wir waren da ganze Völkerwanderungen unterwegs. Wie heißen Sie überhaupt? Tobias. Wie schreibt man das? Tobias. So. Weiter. Lassen Sie sich doch nicht alles aus der Nase ziehen. Mei. Tobias. Mei. 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 Tobias. Mei. Habe ich das nicht schon irgendwo gehört? Ja, und irgendwie kommen Sie mir auch bekannt vor. Das kann ich mir nicht vorstellen. Nein. Na, warten Sie nur. Ich komme Ihnen schon noch auf die Schlücke. Tobias. Mei. Aber Sie waren doch im Bett. Ja. Aber nicht in Ihrem. Ja. Woher warst du denn? Weil. 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 Weil ich das Bett hab machen wollen. Ah. Um 11. In der Nacht. Ja. Ja. Sonst komme ich auch nicht dazu. Und dann bin ich eingefallen. Und Sie? Und dann bin ich reingefallen. In das Bett. Ja. Und dann? Ja. Und dann bin ich wieder auf der Unterseite rausgebrochen. Weil der es mich zu flott macht. Flott hat. Flott hat. Aufhören. Niemand hat ein Alibi. Aber Sie waren doch wenigstens im Haus, oder? Ja. Ich hab den Tennis-Entwickler fangen. Tennis. Tennis was? Den Tennis-Entwickler. Echt? Denn ich kann Postwurm da holen. Was? Sie meinen den Tennis-Entwickler? Na. Sagen Sie das doch live, Mensch. Aber doch nicht mitten in der Nacht. Das Grau-Town. Oder doch? Da hat man mich nicht auserkennen wollen. Obwohl wir so schön Grau-Town haben. Machen Sie mich nicht wahnsinnig. Jetzt schreib ich auf. Verdächtig. Alle. Aber ich doch nicht. Alle, hab ich gesagt. Sind Sie taub? Ja. Dächtig. Dächtig. Alle. Und was wollen Sie jetzt mit uns machen? Hmm. Hausdurchsuchung. Ja. Und wenn das nicht hilft? Leibesvisitation. Ah, besonders bei allen. Alle haben es so gut. Wir haben recht, was Sie da sagen. Und jetzt gehen wir alle ins Haus. ins Wohnzimmer. Und da bleiben wir. Ja. Und nicht, dass noch jemand etwas verschwinden lässt. Verstehen Sie mich? Na. Die Augen. Ja. Das ist ein Schiff, das ist der Franz. Hey, Franz. Dein Auto ist im Schoppen. Und den Pappendeckel? Drei Monate hat es geheißen. Drei Monate mit deinem Umweltfahrzeug. Sei froh. Nachher brauchst du wenigstens keinen Katalysator. Ja und wer sind Sie? Äh... Nein? Jetzt bald? Ja, Jeremias. Jeremias. Wurm. Vieh. Danke, ich kann selbst lesen. Obst. Unverschenktheit. Gemüse. Händler. Kein Tennisentwickler. Nein, den ist ein Tennisentwickler. Aber der Einzige mit einem Ali. Einziger ich mit Ali bin, das wäre... Ich war gestern bei der Bauernversammlung. Bauernversammlung. Gott sei Dank. Dann schreiben wenigstens Sie aus. Mein Gott. Da ist was los. So. Obst du da ein Gemüse gehörst? Oh je. Was doch gestern aber der Versammlung. Nachdem deine Nachbarn gemerkt haben, dass du so einen guten Preis für dein verschrumpeltes Zeug gekriegt hast? Dein Hausbarm ist auch schon ganz angebaut. Jetzt machen die alle auf biologisch. Und ich hab das Lager voll. Und der Preis ist am Bauern. Tja ja. So sind sie die Bauern. Wenn sie ein Geschäft bitten, ja da sind sie alle da. Aber es gibt ja nicht die Ägäe. Aber es gibt ja Gold für die Obstvernichtung. Aber das zahlt ja der Staat. Ja. Und wer ist der Staat? Ja mein. Wer ist der Staat? Das sind wir. Wir alle. Seht's. Ich komm da so langsam nimmer mit. Aber eins ist sicher. Die größten Lumpen. Die kommen immer zu Haus. Das siegst ja. An deinen Brüdern. Tja ja. Aber dann wird das Lachen schöner vergehen. Na ja. Mir gehen eure Familienstreitigkeiten ja nix an. Aber. Ich würd mir gern ein paar Schafe bei dir anschauen. Ein paar Schafe. Lass jetzt. Da hätt ich momentan einen Käufer. Komm mit. Nein. Von der ist auch ab. Ist mir der Polizist. Kann ich nicht losen. Der Teil soll ich jetzt nicht auf dem Markt. Ich kann hier remieren. Er kraft mir nix mehr an. Ist der Leute da wo am Gericht? Ja. Willst du mir das Auto nehmen? Nein. Was haben wir dann erzählt? Nein. Ich mach jetzt eine Umweltpause. Von drei Monaten. Ja. Wie es meint. Aber bei allen ja. Hey Franz. Wart einmal. Ich hab jetzt keine Zeit. Ich muss auf den Markt. Schau mal was ich da hab. Das ist ja das. Der Mann. Geht das her. Ist ja nur eine Kopie. Es war ja genau alles gut versteckt. Dann weißt du das alles mit dem Dressort. Klar. Und ich hab jetzt weiß ja auch wie das ins Belogen hab. Der Gudi Ocker hat uns gehört. Genauso der Wald. Und dann steht da noch was für 200.000 Chili, die wir uns teilen sollten. Von dem haben wir aber auch nie was gesehen. Von dem hab aber ich auch nie was gesehen. Den muss der Vater irgendwo im Haus versteckt haben. Das kannst du zahlen, wenn du willst. Aber nicht mir. Aber so glauben wir doch. Was glaubst du, wenn ich die ganzen Decken runtergehauen hab und die Beine alle aufgerissen? Ah das Ding hast du alles renoviert. Hier. 56.000 Schilling hat mir das ganze gekauft. Und gefunden hab ich nix. Aber wenn du mir Schwierigkeiten machst, dann sag ich die auch. Wenn ich die abgestrahlt. Aha. Und ich die wenng Urkontenfalschung und Versicherungsbetrober im Safe war nämlich gar kein Geld. Aber irgendwie muss ja ich zu meinen 200.000 Schilling auch geheimen. Ach so. Aber wenn du mir Schwierigkeiten machst, dann sag ich die auch. Und außerdem hab ich jetzt keine Zeit damit jetzt zu streiten. Ich geh auf den Markt. Tobi ist die Wundern. Die haben alle umgestrahlt. Du kannst so nix mehr verkaufen. Bis zum, bis zum. Du kannst da, was zum, bis zum. Gucken Sie. Gucken Sie. Gucken Sie. So. Wer hätten denn die, wieso. Die Untersuchung hat ergeben, dass bei diesem hier im Schlafzimmer, Fußboden, Ein Paket mit genau 200.000 Schillen versteckt war. Demzufolge ist er der Täter. Arte, dann untersuchen Sie nichts mehr weiter. Ist das noch nichts bewiesen? Das kann doch auch ein Trauerrein gelten kommen. Das glaube ich nicht. Also, im Namen des Gesetzes, Sie sind verhaftet. Soll das? Ja, Handschellen? Ich weiß nicht mit. Du Josef, jetzt werde ich da. Sag was. Nein, weil dort habe ich nämlich endlich meine Ruhe. Da heißt es nicht, Josef da und Josef hier. Einmal dynamisch, einmal damit. Außerdem gibt es keinen Fremdreisensack und keinen Möseln im Gefängnis. Da gibt es was Ausständiges zu essen. Und mein Gold, das nehme ich gleich. Das schon. Das ist auch mein Gold. Ja, du hebst, du. Auflassen. Los, das ist der schönste Augenblick meines Lebens. Auflassen. Geld her. Ja. Jetzt wird sich schon noch entscheiden, wem das Geld gehört. Verhaftet er, wir gehen. Josef, bleib da. Josef, jetzt tut doch was. Werdi. Halt. Ich habe den Safe aufgemacht. Jetzt kenne ich sie erst. Die Gauner. Aber das mal habe ich nur der Gerechtigkeit helfen wollen. In dem Safe, das war kein Geld. Wir haben nur das Testament gebraucht. Der Lirk, 200.000 Schillig fallen. Mensch, ich war Verbrecher. Und habe gestohlen. Und gleich werde ich noch zum Mörder. Das ist Widerstand gegen Distanzgewalt. Wir sehen, nur der Gewinn ist gleich. Und nun raus mit der Sprache. Wann entgeht in Safe oder liegt? War! Den haben wir hören wollen. Also, Sie wollten die Versicherung kassieren. Nein, nein. Aber was ist das für Geld? Das hat unser Vater versteckt. Wissen, der war zum Schluss schon ziemlich verkohlt. Und so haben wir den in der Uhrwollner Testament schreiben lassen. Und das Tatsache. Oh, ey. Da tun sich ja ab, gemeint der auch. Ja, und deswegen will ich jetzt eigentlich ins Gefängnis. Ja, was ist denn da oder aus? Siehst du, nur weil du zu geizig warst und von Josef auch deiner Wieren zu lassen, haben wir das Geld nicht aufgefunden. Oh, wei, aber jetzt. Heiz geht's, glaube ich, die Wolltänte. Was ist denn mit dir auch noch aus? Tja, keinen einzigen Salat habe ich verkauft. Für den Bauer. Und was machen wir jetzt? Mit selber essen. Tja, was habt ihr denn? Tja, Mons. Ich is dein Salat. Wenn du, du und das... Nein, danke schön. So, hofft du das. Das war erst recht, damisch. So geh lieber ins Gefängnis. Ich habe noch nichts. Danke schön. Danke schön. Danke schön. Applaus 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 Vielen Dank. Vielen Dank.